Herzlich Willkommen zu Garminus Kartenchaos. Ich bin's wieder Eicher, Mac Paul und jetzt spielen wir wieder eine Runde Kartenchaos, bzw. diesmal Maskenball. Und ich muss wieder Deck zusammenbauen. Hm, mag ich wieder nicht. Ich muss spielen Warrior. Ich weiß nicht, in Köln ist ein Kartenchaos, wo man Deck zusammenbauen muss, nicht unbedingt. Oder nur mäßig. Ich köln mir nicht alle 30 Karten. Zusammen muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Am Ende geschaut hat es schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht. 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 Das war eine Beuge, meine Klappen. Oh, Fünf und Sechs brauchen wir noch. Hm, hm, hm. Na? Ich glaube, ich kann es zulassen auch mit Spock gerade. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ja, ich bin fertig. Fun, play, brawl! Guck mal, komm, komm, komm! Wirklich. Ja, gut. 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 Es gibt es ja nicht. Wo ist das? Ja, gut. Armour. Made to fit. Hey, goons! Over here! So. So. Mal schauen. Mit so einer ganzen... Wo ist... Wie heißt er noch mal? Murloc. Tiny Finn. Tiny Finn. Ich finde das super. Das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut für mich. Ernsthaft? Ha. Plus eins. Das ist nicht gut für mich. Try this! Ich möchte Antworten. Stop, son. Das ist nicht gut für mich. Nice. Oh, gekommen. Spaßbremse. Macht's Firm aber nicht besser. Schlecht gespürt. What the hell? Schau, jetzt haben wir endlich mal noch etwas stärkeres draussen. Hm. Tja, und was macht er? Hm. Oh. You will be next. Nice. Nice. Schildslam. Frenz. Fast. Ich bin zufrieden. Wenn mit einem Zug der nächste Obsidian Destroyer kommt. Dann habe ich ein paar Scarabs. Oh, das war schlecht für mich. Dann kann ich noch buffen mit Rampage. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du hast die Manna! Jetzt hat er immer ein Problem. Jetzt kommen wieder 2 Thorns. Ich muss einmal durchkommen. Wenn wir den nächsten Zug lethal hätte... Ich weiß nicht, dass ich noch plus 8 damage machen kann. Gehen Sie bitte! Blöde etwas ab! Mhm. Mhm. Hm? Ah! We need to... Well... For the war, Chief! Ah! Not over there! Souverän. Oh mein Kurt! Gerash! Versus... Roam! For Doomhammer! Victory or Death! So. Hm. Hm. Job's done! Ui. Der quänt schon. Hm. Hm. Gab's sowieso, es kommt zu kurz. Mane. A-Mane. Use eine Flog Mamas. Rupstar Oda! P-Mane. Ja! P-Mane. P-Mane. Hm. Gadgets and Gazette always get the speed. Aber das ist fies, der profitiert ja das Kombo denn noch direkt mit sein. Was ist das? Was ist das? Nein, das schaut nicht so gut aus. Oh, mein Gott. Das war ein Laufbuss. Ja, das war ein Laufbuss. Ein Laufbuss. Alle! Alle! Geht in hier! Wer weiß, was die Zeichung wird nicht verabschieden? Du bringst du ein bisschen Fisch? Man geht home. Ich finde, ich bin cool. Cool. Uh. Aaaaaaahhh... Ah, verdammt der Toko hat den Tinker Night. Hm, hab ich gespült. Warriors, kommen raus! Mhm. Das ist besser. Jetzt haben wir da ein bisschen eine Taunt Wall wenigstens aufgebaut. Scheiße. Schreckig. Jetzt ist er mal aufgekommen. Den kann ich weghauen im nächsten Zug. Der Arm kann ich weghauen. Vielleicht. Immer noch vielleicht. Ja, ok. Soll ich durchgehen. Ja, das ganze Deck baut um die Obsidian Destroyers hier auf. Und da ich das die gerade ein bisschen auf sie warten lassen. Kann ich mich nicht noch... Ja, passt. Na ja, eine Runde probieren wir noch. Wenn wir uns ja die klassischen drei Runden haben. Hm, 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 hm. Gerasch versus Valyra. Gerasch versus Valyra. Valyra. Da tauschen wir die zwei, ja. Wir haben drinnen. Wir haben ja spülen. Ich bin nur bedingt zu verheben. Na, super. Prinz mag es auch. Ah, nice. Okay, haben wir Rusty Hook. Amor. Amor. Hey, hey. You wanna buy a... Okay. Also wieviel Exitius müssten wir einen Note geben. Hm, hm, hm. The Windbanger Mark Seven. Hm. Sarge forward! Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. So. Na, krass. So haben wir noch eine K-Extra-Kurten-Zau. Hm. Ja, der kann executen. Kriege, kriege. Nein. Execute. Verdammt. Was? Er hat schickes. Damit hat er aber nicht gekriegt. Und dass er aber Execute gekriegt. Ach. Und er wird erst recht blöd schauen, wenn er mit dem zweiten Executor ans Drauffahrt. Da wird er blöd schauen. Also kriegt er nicht so extra Karten. Er kann mich nicht einmal killen. Ja, und ich hab Leafle. Ah, wie cool. Ach, er schwimmt. Der wechselt ja jetzt als Besitzer. Deswegen. Wirklich. Ich. Boah. Wenigstens das. Ach. 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 Soll ich erst das aus spülen? Ja. Kann er aber doch nicht mehr executen. Ach, ich riskiere es. Ich habe sowieso jetzt ein 1-1-Found davor. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, dass ich in der nächsten Runde noch Cut-Draw kriege. Und jetzt kommt die Wither-Rate oder Wither-Nah. Und jetzt kommt die Wither-Rate oder Wither-Nah. So, es gibt hier noch Akkorde in der Hand, die stärker werden können. Mein Obsidian Destroyer. Oh, der Volcanoes, der Adapt-Adapt-Saw. Ziv. Und mehr Helf. Yay. Nunt-Horf. Das war's für heute. Ich hab wieder von den Ecken-Bereich.- Ja, das ist alles gut. Aufhören! Und da machen Sie einen Angriff. Ich habe eine Runde. Es ist eine Runde. Ich habe keine Runde. Halt! Ich habe noch die Runde! Ich habe mir viel Geht, aber ichfinde. Alle nicht zerstören. Aber wir kommen, ob sie den Destroyer stärker machen. Au. Au. Hier wird der Happy Mule hier noch vergehen. Wenn es ein Elf Obsidian ist, John. Dann kannst du el-game-loss-one-attack, okay. Oh, der Secret. Das finde ich echt hart. War echt wies. Das ist ein Erwerb. Das ist ein Erwerb. Das ist ein Erwerb. Ich bin der Warnschief. Ich bin der Hellscream. Ich bin der Warnschief. Ich bin der Warnschief. So, ich halte ja noch mehr Arme im Frühhörn Dick Hm 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 So Tor Ich hab keine Korten mehr, das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt gewesen sein für mich Hm 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 So, wie greife ich jetzt am besten an, den ich so ausgehauen 1-1, ok, gut Was? Wie viele haben wir denn? Fünf? Ah, verdammt Oder ein Boss Die zwei können auch noch angreifen, oder? Nein, mit ihm Ja, ok Das war jetzt wieder notwendig Naja, Level Up Gut Jo Das wars dann wieder von mir Kann Auch wenn zu Shiva das aufmachen Kann immer noch nur ein normales Pack aufmachen Und Ja Nicht so aufregend Na gut, auf jeden Fall Ich hoffe es hat euch gefallen Auch wenn in diesem Mal ein ganzes Gespräch ich war Ansonsten Bis nächste Woche wieder Wenn es euch gefallen hat Like da lassen, wenn nicht Dislike und Tschüss Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Untertitelung des ZDF, 2020